An mindestens drei Stellen haben die ukrainischen Streitkräfte die ukrainische-russische Grenze überquert und damit effektiv eine Invasion Russlands begonnen. Gleichzeitig wird von verschiedenen Teilen des Landes von Explosionen gesprochen, also in Russland, dass dort Explosionen zu hören sind und damit wahrscheinlich nicht in direkten Zusammenhang ist zudem eine Ilyushin 76 Transportmaschine direkt nach dem Start abgestürzt. Hier, was wir hier sehen, ist wahrscheinlich der Beginn einer ukrainischen, wenn wir so wollen, Offensive zur russischen Präsidentschaftswahl. Wir reden hier darüber in diesem kurzen Video. An vermutlich mindestens drei Punkten haben ukrainische Streitkräfte die russisch-ukrainische Grenze überquert. Die Vorstöße sind den Berichten zufolge in Richtung Schebekino, Graivoron und Kasinka. Hierbei haben sich beteiligt die auf ukrainischer Seite kämpfenden Freiwilligen der russischen Föderation, die Freedom of Russia Legion, also die Legion Freies Russland, das russische Freiwilligenkorps und das Sibirienbataillon. Das heißt, hier sind es russische Staatsbürger, die unter ukrainischer Flagge kämpfen und die haben eine Invasion in Russland erneut begonnen. Wir hatten das ja schon einmal im letzten Jahr. Hierbei ist es nun so, dass laut Videos haben sie teilweise zumindest schwere Waffen dabei. So zirkuliert ein Video, das einen Kampfpanzer zeigt unter der Fahne des russischen Freiwilligenkorps, der wohl in Russland operiert. Gleichzeitig veröffentlichen die russischen Freiwilligen Videos von der Zerstörung eines russischen gepanzerten Fahrzeuges des Typs BTR, wahrscheinlich BTR 80 und es gibt gleichzeitig Videos von russischen Truppen, die sich zurückziehen. Wir können also zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die russischen Truppen oder die Freiwilligen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte Geländegewinne erzielt haben, aber das müssen wir klar in einen Kontext setzen. Hier haben sie natürlich das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Sie konnten bestimmen, wann und wo sie angreifen und daher ist in einem solchen Fall damit zu rechnen, dass sie initial Geländegewinne erzielen. Dass sie allerdings es schaffen werden, die Kontrolle zu konsolidieren, das Gebiet zu befestigen und zu halten und dies in einer Woche noch in den Händen der russischen Freiwilligen auf ukrainischer Seite ist, scheint extrem unwahrscheinlich zu sein. Gleichzeitig wurde berichtet, dass es Explosionen gab in Taganrock. Dort ist die Flugzeugfabrik wohl erneut angegriffen worden. Auch in Kurs, Belgorod, Voronezh und Moskau gab es Explosionen. Also in den Teilen des Landes, die von der Ukraine aus zu erreichen sind, gab es wohl weitere Drohnenangriffe. Dabei gibt es auch ein dramatisches Video von Belgorod, wo ein Verwaltungsgebäude von einer Drohne getroffen wurde und ein Passant, das aus allergrößter Nähe gefilmt hat. In diesem Zusammenhang sind wahrscheinlich auch die Gewehrschüsse aus Belgorod zu sehen, denn dort wurden Gefechte gemeldet und wahrscheinlich sind dies keine infiltrierenden ukrainischen Streitkräfte, sondern vielmehr bewaffnete Kräfte Russlands, die versucht haben, die Drohnen abzuschießen. So sollten wir das wahrscheinlich sehen. Im Ganzen, wie gesagt, können wir keine strategische Veränderung hier erwarten. Es ist davon auszugehen, dass sowohl mit den Drohnenangriffen als auch mit dem Überschreiten der Grenze die ukrainische Regierung den Russen mitteilen will, der russischen Bevölkerung während der Präsidentschaftswahl, dass sie sich im Krieg befinden, dass das russische Wahlvolk erfährt, dass der Krieg keineswegs nur einseitig ist und dies soll garantiert mit der Präsidentschaftswahl koordiniert werden. Ob dies einen größeren Effekt hat, ist natürlich alles andere als klar. Ob dies irgendwelche positiven Effekte hat, aber hier geht es vor allem um das Setzen von politischen Zeichen und um das Übernehmen der Präsenz in den Medien. Wir können das also im Rahmen einer Informationskriegsführung sehen, auch wenn hier natürlich mit kinetischen Mitteln diese Kriegsführung in diesem Kontext durchgeführt wird. Gleichzeitig wurden auch Cyberangriffe gemeldet, aber auch hier ist von einem längerfristigen Ausgang von längerfristiger Bedeutung wahrscheinlich nicht zu rechnen. Darüber hinaus ist ein russisches Transportflugzeug vom Typ Ilyushin 76 auf dem Flughafen Severny abgestürzt. Den Meldungen zufolge waren an Bord acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere, die wohl alle dabei ums Leben gekommen sind. Und Videos zeigen einen Feuerschweif hinter dem Flugzeug, das wohl ein Triebwerk verliert, bevor es aufschlägt. Laut russischen Meldungen gab es einen Zusammenstoß mit Vögeln, die eben das Flugzeug zum Absturz gebracht haben könnten in diesem Zusammenhang. Also nicht in direkten Zusammenhang dazu. Gleichzeitig gab es noch die Meldung über eine abgeschossene Suchoy 27, eine russische Suchoy 27 in Belgorod. Aber diesbezüglich gibt es keinerlei Bestätigung und einige der Videos, die zirkulieren, scheinen wohl älter zu sein. Also wahrscheinlich gab es diesen Abschuss eines weiteren russischen Kampfjets nicht. Das war es schon hier in diesem kurzen Update in diesem Video. Wenn Ihnen das gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Hinterlassen Sie einen Kommentar, ob Sie glauben, dass eine solche Aktion für die Ukraine sinnvoll ist. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie über die Mittel in der Beschreibung. Und ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein Dankeschön an all die Unterstützer hier auf YouTube als Mitglieder oder auf Patreon. Im Besonderen mein Dankeschön an die Patreon-Leutnante Andreas Donath, Badass Lawyer, Dekonjo, Dr. Knut Brandes, Heribert Breitsamer und Steffen. Vielen lieben Dank. Ohne Sie wäre das so nicht möglich.